Ja, ja. Es fühlt sich gut an. Ich werde dich töten. Du bist am Qualen, Frau. Aber zuerst haben wir noch eine schwierige Aufgabe zu erledigen. Warte, warte, warte! Oh, wie gern ich dir die Beine ausreißen würde. Doch, doch, doch auf der Suche noch dieses Eten exemplar. Ich werde dich töten. 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 Bis zum nächsten Mal. Die Erde. Geburtsstätte der menschlichen Rasse. Fähig zu großem Mitgefühl. Und großer Gewalt. Geburtsstätte der menschlichen Rasse. Geburtsstätte der menschlichen Rasse. Geburtsstätte der menschlichen Rasse. Ist die Zukunft unserer Hase, der nicht ein einziges Menschenleben wird?